. Ja, die Maintenance-Wartung. Immer kontrollieren und aufmerksam sein. Und den Flieger nach jedem Flug und vor jedem Flug anschauen. Man muss dem Mechaniker eigentlich blind vertrauen können. Das sind so viele Komponenten, die ich als Pilot gar nicht die Möglichkeit habe, um das zu überprüfen. Ich kann nicht jedes Mal den ganzen Heli auseinander schrauben. Und da bleibt nichts anderes übrig, als dass du deinen Leuten vertraust. Die optimale Wartung. Also wirklich ein Wartungsbetrieb, wo man sich darauf verlassen kann. Das ist bei einem Airliner genau gleich. Man stellt etwas fest und das muss man melden. Dass man dort etwas verändern kann.